und schon mit und schon mit Oh, das ist ein normaler Oh nein, Goblin Rift, das gibt es doch nicht Scheiße, oh, das ist wieder so eine blöde Ebene Aber hier unten sind zwei Kollektoren, zwei Sammler Einen habe ich erwischt, sehr geil Ah, zwei liegen zu oben Da ist nix, ob hier unten irgendwas ist Achso, war ich nicht auch voll? Ja, komm mal her Was ist das denn für eine Hose? Hose der Wilden, ja geil Ja, haben wir ja nicht haben Ich geh zurück, ne? Nur so Oh, interessant Gains gefunden Und Käpt'n Kame sind sehr gut Und wieder ein Rezept verschieben Oh, du könntest hier wieder einen Eingang stellen Naja Bring dir die Gobo-Gruppen denn überhaupt irgendwie was? Außer Materialien? Ahhhh Ein, zwei Legendäris vielleicht, aber das war's ja noch, ne? Ja, ich hatte gerade zwei Legis und zwei Pläne dabei, aber sonst Die ersten größeren Dias halt Aber sonst, das Sonst nischt Ja, von der Kame ist doch Ja, ich bin klar Einen Du gehst Ja, ich bin klar bis hin Die erste Die erste Gucke Die erste ich vergesse immer diese blöden so 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, guck mal, hab ich meinen alten schon wieder eingeholt. Was? Wieder 32. Wieso, du warst doch 46 gewesen. War ich schon so weit? Ja, mein ich. Ich brauche mehr Zeit. Abschirm und das... Ich bin noch nicht bereit. Hier kommt euer Volk. Ich bin noch nicht bereit. Oh nö, Marke des Schuftes gefunden. Ich denke schon, oh geil, Legendary. Agnidoc, komm her, yeah. Kannst auch nix. Kann ich? Ja. Gut. Ah, auch noch uralt, super. Obszöner Kupferstich, aber er kann nicht sterben, ist nicht drauf. Also weg. Weg. So, wieder drei Mojos, mal gucken. Ah, ich hätte eins aufwerten können, scheiße. Okay. 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 Das war's für heute. Noch nichts dabei. Noch nichts dabei. Da brauche ich mehr Zeit. Noch nichts dabei. Noch nichts dabei. Noch nichts dabei. Die糞 Arbol Testament in English. Lass du Schnau. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, zwei Teile Bonus, ne? Einbesuchung macht richtig Schaden. Ich kann ja sagen, zwei Teile Jade ist doch schon das Beste, was du haben kannst. Ja. Deswegen wollte ich ja auch gerade haben. Eigentlich aus dem Hedricks Geschenk halt, ne? Ja, läuft. Ja, er fragt sich bloß, ob das schon so stark ist, um den LOD rauszunehmen, ne? Oder beziehungsweise auf den Bonus zu verzichten, ne? Ja, stimmt. Und nicht teleportieren, hier ist richtig was los. Triple-Tech hier. Große Ebene, hier der Wald. Sehr offen. Ja, aber kannst du wenigstens ein Jahr tragen? Hast du wieder ein Legimär? Ja, die Brust vor allen Dingen. Ja, oder die Beine? Ne, Beine habe ich ja schon stieb. Ne, beide. Ne, geht nicht. Brust und Hose fehlt mir beides noch. Aber ich habe noch mal eine Schlange gefunden. Das Rift war bisher ganz gut. Ja. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ich mach gleich bis zum Boss und dann... Weil Wald ist halt echt blöd. Zeit verflut. Braucht mehr Zeit. Oh, da ist ein blauer Goblin. Ohoho. Aber da ist noch ein Conduit-Pie, den sehe ich. Also ich mache das mal so. Ich versuche hier irgendwie zu clearen, dass du auf die Map kannst. Und dann kille ich den blauen mit dem Conduit. Ja, ich stehe an deiner Flagge, sag Bescheid. Achso, du stehst bei der Tür? An deiner Flagge. Ich brauche nur draufklicken, damit ich bei dir. Achso. Ich bin ja noch auf der anderen Ebene. Naja, ich kille jetzt erstmal den Boss hier, weil der Lot vielleicht hinterher oder teleportiert sich. Den machen wir erstmal weg hier. Oh, Mund und Nugos Handschuhe, cool. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier unten das noch alles ein bisschen reingeschaufelt kriegen. Ich brauche noch mal kurz. Ja, dann teleportiere dich mal zu mir. Okay. Ja, da bist du schon. Hier kann ich ja stehen und bin erstmal unverwundbar. Ja, ja. So. Hier sind noch zwei Skelette, aber die machen wir auch nochmal kurz weg. Und dann gehen wir doch hoch zu dem Blauen, wenn er nicht irgendwie abgehauen ist. Ich hoffe mal nicht, dass ich den angehauen habe. Ja, ich hasse ihn nicht, nein. Ja, aber das heißt nix. Ja, voll erwischt, würde ich sagen. Zwei Legendaries für mich. Sehr gut. Jawohl, das hat es echt gebracht mit dem... So muss das sein. Und dann haben wir hier noch eine prächtige Truhe. Noch ein Pack. Und noch ein blaues. Da ist der Peiler noch weg. Jetzt noch so viel los, ey. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Oh, ich bin voll. Ich kann nicht mehr tragen, ich muss zurück hin. So, da kommen wir erstmal zu mir, zum Blauen, für den Blauen. Schon wieder voll. Brauchst du eine Zurückhaltung, vielleicht? Äh, ich glaube ja. Ja. Tatsächlich. Lol. Auge von etlich, trage ich ja selber, aber hier ist Geschick drauf. Natürlich scheiße gerollt, aber was soll's. Oh, hier ist Leben drauf auf der Schlange diesmal, geil. 9% mehr Zähigkeit, sehr gut. Brauchst du sie doch gleich mal aus. Na, Zeremonienmesser, natürlich. Ja, der Hose ist sogar uralt. Was bringt dir zweier Bonus? Heimbesuchung, ein Gegner trifft, der bereits getroffen ist. 3.500 Prozent, äh, 3.500 Sekunden, während Heimsuchung entspricht. Und ja, der Handschuh, äh, Quatsch. Mundunugus Handschuhe. Erstes Mundunugus Set. Zumachen, oder musst du was holen? Äh, ich glaube, ich muss noch... Äh, ich glaube, ich muss nur noch gelbe hier. Ja, das war's. Nein. Nein. Zweimal Homunculus aufgewertet gekriegt, ey. Scheiße. Tja, lohnt es sich jetzt da... ...auf Jade umzusteigen? 3... Wenn Heimsucher einen Gegner trifft, der bereits geheimgesucht wird, erleidet er sofort Schaden, der dem Schaden einer 3.500 Sekündig währenden Heimsuchung entspricht. Wie viel ist das? Versuch's. Zieh an. Geh auf eine Ebene. Und die haben alle Sockel. Das ist ja noch viel geiler. Äh, ich habe einen Banditenschrein hier. Nee. Äh, alles safe? Nee. Nee. Nee, gut, ich muss sie wirklich zweimal treffen und die sind dann one shot. Also Double-Shot sind die. Drei Milliarden Schaden macht dann der zweite Schuss. Oh, das klingt auch okay. Ja. Ja, der zweite Schuss, der töte die halt richtig böse. Ja, äh, wollen wir den Banditenschrein jetzt machen, oder? Ähm. Ich meine, bevor wir den vergessen, oder so, und dann das Spiel verlassen. Ja, lass uns, lass uns die vielleicht fahren. Äh, bist du safe? Ja. Unglaublich. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht hier auf Friedhof, ich wollte eigentlich Heim der, äh, Dingensdarkirchen, ne? Und, ähm, ja. So. Ach, scheiße, äh, ich hätte die Dämonie das mal abziehen sollen. Und wir haben noch ein Portal gekriegt. Da ist doch ein Vieh, die lief da lang. War's das, Jo, ne? Ich denke schon. Und das auch nix entkommen, geilerweise, so wie es auch schon. Ja, doch, einer. Ach, ein Dingensfurtal. Schade. Ja, ja, Kuh-Rift, ne? Aber was soll's. Boah, Pläne, geil. Und ein Verhängnisbringer. War ich eine Waffe, die ich dann anziehen kann, wenn ich den Barbier irgendwo mal cueken sollte? Genugliche Robiten, geil. Nochmal Käpt'n Karmesins. Ach, das ist jetzt das 70er Cent? Die Garderobe, ne? Auf jeden Fall hab ich's jetzt doppelt, egal. Ja, wollen wir das coole Level machen, oder nicht? Ja, klar. Nog so fort bei dir. Ach so, äh... Ja, ich bin bereit zum rausgehen. Ah, der hat auch noch Schild, dann treffe ich die nicht. Aber im zweiten Mal ist er sofort tot. Ist doch gut. Ja gut, dann... Und ich möchte hier hinten stehen. Eigentlich müsste ich die Heimbesuchung umstellen auf asserfüllter Geist. Mit zwei Geistern. Weil das reicht ja. Der Schaden reicht ja völlig aus. Und so treffe ich halt wesentlich mehr. Reicht alle mal. Du, 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 du. Das reicht ja. Und so. Und so, da war ja. Es ist... Und so, bei mir. Du, 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 du... Ich bin. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 jetzt hast du wieder 46 es gibt aber ordentlich massaker bonus für mich mit schon bei 160 gleich es gibt es gibt es gibt Das war's für heute. Selbst die Kuhkönigin war Double Shot Die Geister holen euch Braucht mehr Zeit Braucht mehr Zeit Ich kann nichts mehr einsammeln Hast du schon Legendary gekriegt auf der Karte? Ganz unten in der Ich doch kein einziges Doch gut, okay, das Auge von etlich Ja, aber sonst halt nix Aber ich krieg den 450er Massaker Bonus 500 Ich bin da gleich mal gespannt, wie viel Paragon es gibt So langsam gehen mir die Viecher aus 570 Ah, cool, ich hab's noch geschafft, den hier zu Zu leuten Paragon 60, was? Was war ich denn vorher? Ich hab's nicht mehr geschafft hier, aber egal Doch ich kann's ja im Chat sehen, da sind ein paar Stufen So 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen sind es So 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen sind es Ich kann nicht mehr tragen Muss mal zurück, ich bin voll Aber nur mit gelben und blauen So 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen sind es Wo hast du dein Legendary gehört? Ja, ganz unten in dieser Ecke Hier oder was? Oder links? Ja, links Das war glaube ich auch eine richtige Truhe oder so Kannst ja kommen Achso, du bist ja schon Machst du zu Fuß Oh, da ist noch eine prächtige Ah, also sagen wir mal so Eigentlich war das ja alles nur zum testen gedacht Oh, schon wieder voll Na ja So, mal gucken wie das Auge von etlich ist Es ist wieder mit Geschick Vita, Rüstung und physisch So Vielen Dank.